ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Scherz, was ist denn los? Ich kann nicht mehr. Was meinst du? Immer dieser Alltag. Das macht mich fertig. Ich kann das nicht mehr. Das ist doch immer dasselbe. Jeden verdammten Tag. Das ist doch kein Leben. Morgens um 6 Uhr klingelt der Wecker. Aufstehen. Wurstbrote für die Kids schmieren. Dann Emmy in den Kindergarten fahren. Tom zur Schule. Zur Arbeit hetzen. Da schon überlegen, was ich kochen soll. Dann zum Einkaufen. Alle wieder einsammeln. Kochen. Zum Ballett. Zum Fußball. Nebenbei das Gröbste zu Hause aufräumen. Abendessen machen. Die Kids ins Bett bringen. Vielleicht ein bisschen Fernsehen. Und dann selbst ins Bett. Bis morgens um 6 Uhr wieder der Wecker klingelt. Ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich kann nicht immer dasselbe machen. Ich muss etwas ändern. Und ich werde etwas ändern. Und zwar jetzt. Sofort. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Heute mal Käsebrote machen. Ja. Käsebrot. Nicht immer Wurst. Nein. Käse. Ja. Käse. Das fühlt sich gut an. Mit Käse. Es ist ja eine Zeit für diesen Schritt. Ich weiß gar nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Ich fühle mich leicht. Ich fühle mich befreit. Ich bin glücklich. Ja. Das ist doch schön. Ja. Das ist schön.